Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Das war, glaube ich, von Anfang an eine ganz große Liebe. Jessica und die Kinder passt irgendwie, als wären die tatsächlich so eine Familie. Die verstehen sich auch im Set sehr gut. Die kuscheln die ganze Zeit miteinander, als gehören sie zusammen. So, alles bleibt, wie es ist. Mama! Wir sind praktisch eigentlich schon wie Geschwister. Wir werden dich fischöltig mal hier beibringen! Besonders reitvoll ist, dass der Schneider ja nicht nur böse ist, sondern auch ein bisschen vertrottelt. Das war natürlich auch immer cool, weil der in den Pausen auch total lässig immer drauf war. Es macht super, mega Spaß! Yo! 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 Hast du noch mehr? Du hast... Fantastisch! Ach. Pet demo ist nicht так, wenn du in — va.